ja hallo und herzlich willkommen meine liebe trader gang ich möchte noch mal ein kleines wichtiges video raushauen an euch und zwar geht es in dem video auf die kürze und die schnellen würze um euch mitzuteilen dass ich am 5.11 in köln bin auf der convention von iGenius also wir können uns da treffen für die leute die in der trader gang schon bei iGenius sind ich habe noch zehn early birds tickets also wir haben mir zur verfügung gestellt gekriegt für 85 dollar also wenn ihr 85 dollar zahlt seid ihr dabei könnt ihr bei iGenius an der convention mit teilnehmen wie gesagt ich bin auch in köln zu der zeit wenn ihr ein ticket wollt 85 dollar sagt mir bescheid und ich organisiere das für euch des weiteren trefft ihr von iGenius die trader die für euch die signale geben also nicht nur mich sondern trader die wirklich von iGenius euch die genialen signale geben von gold zum beispiel die ich trade ich werde auch gleich noch mal im office dann euch zeigen wie der bericht bis jetzt ist von meinen golf nicht golf von meinen gold trades von den signalen wie wir wissen müssen bei iGenius ja auch optionen signale forex signale krypto signale ich trade gerade die signale gold und zeige euch das wie gesagt gleich im office also wer in köln sein möchte am 5 11 der meldet sich einfach bei mir von den iGenius leuten ich rede jetzt nur von den iGenius leuten die in der trader gang sind die können für 85 euro das early bird ticket abstauben ich habe 10 zur verfügung gestellt gekriegt da können wir uns dann treffen und wir treffen auch die trader auch die leute die lehrgänge machen auf iGenius sagt mir einfach bescheid und jetzt geht es gleich erstmal los und ich zeige euch was meine signale waren wie ich die getradet habe von gold bis gleich oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich switche nochmal schnell um zu der Schulung, zu der University, hier sehen wir, die SK Akademie zum Beispiel fängt oben an mit Mindset, die richtige Erwartungshaltung, kleines Kontotraden, kleines, hört zu, kleines Kontotraden, wie viel kann ich verdienen, wird hier euch erzählt, dein Forex Brain, der wichtigste Muskel, klickt mal nach unten und ist weiter, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Mindset, Zielsetzung eines Traders, dass die Trading fallen und das ist wirklich eine Megaschulung, Angst beim Traden, Verluste, Stagnation und alles mögliche, also die Schulung, die geht echt weit runter, schaut mal, jetzt sind die Basics hier, können wir auch, schauen wir mal, wenn wir die aufklappen, wie viel das sind, also wirklich, wie viel Schulungsvideos, das ist wirklich eine komplette große Schulung, Schauen wir hier, geht es weiter, Trade Management, Systemerklärung, also dieses Trading System, Sequenz Aufbauarten, also das ist wirklich Trading Lernen vom Feinsten, deswegen sind wir auch geswitcht von dem Brokerabschluss zu iGenius Abschluss, wenn ihr in der Trader Gang sein wollt, könnt ihr freiwillig einen Broker wählen, wenn ihr schon einen habt, das hat ja auch viele gestört, die schon Broker hatten, dass die nicht in der Trader Gang bei uns dabei sein konnten, übrigens, wir sind die größte deutsche Binäre Options Community im Web, auf WhatsApp, in der WhatsApp Gruppe und wir wollten einfach, dass ihr wirklich lernt, denn es hat wirklich kein Arsch in der Hose, wenn ihr beim Broker abschließt, 500 Dollar einzahlt, um bei uns zu sein und dann als Anfänger auf eigene Faust einfach die 500 verballert, das ist Blödsinn, darum die Schulung jetzt, es ist ein Muss, wirklich ein Muss, ich will, dass meine Trader die Schulung nehmen, anstatt es einen Brokerabschluss, den Broker könnt ihr dann selbst wählen, wenn ihr natürlich uns supporten wollt, Trader Gang und ihr habt noch keinen Broker und da habt ihr das Video, findet ihr die zwei Broker, die wir nutzen, Pocket Option und Quotex, könnt ihr nutzen, wenn ihr wollt, aber hier die Trading Ausbildung ist Pflicht, dass ihr in die Trader Gang kommt, in die größte Binäre Options Gruppe, die wir haben und wir machen uns, erweitern uns auch weiter natürlich jetzt auf Forex durch diese Lehrgänge hier, die wir haben, sind wir bald, das kann ich euch versprechen, schaut mal hier, wir klappen aus, schaut mal, das ist ein Megakurs, sind wir auch bald wirklich die größte Community in Deutschland in Sachen Traden, also unsere Trader Gang, das werdet ihr sehen und das war jetzt nur ein Teil von der Universität, seht ihr, das war die SK Bildung, wir haben aber hier die Universität, nochmal den Einstieg, Universität für Aktien, für Forex, für Krypto, also hier ist alles dabei, binäre Optionen, alles, wirklich alles, hier haben wir Learn Live, da haben wir, schaut mal, wenn wir auf Learn Live gehen, haben wir die Live-Sitzungen zum Beispiel, den Kalender, ich bin jetzt nicht eingeloggt hier, schade, wartet mal, ich mache Pause, so, jetzt sind wir hier in den Live-Sitzungen, schaut mal, die Live-Sitzungen, schaut die euch mal an hier, war zum Beispiel Auffrischungskurs heute, seht ihr das, von 5 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens, meiner Zeit, das war bei euch von, lass mich nicht lügen, von 11 bis 12 Uhr, eure Zeit und das ist auch so geil, man kann die Sessions dann auch im Nachhinein angucken, die Live-Sessions, wenn wir hier mal gehen, das war der Auffrischungskurs für die Basics, Trade Management und Marktanalysen, war heute live, also ihr habt hier wirklich alles live dabei und wenn wir den Kalender switchen, schaut mal, hier, wieder live, schaut ihr, wieder live, deutsch, deutsch, also ihr habt hier jeden Tag live, ihr könnt live mit dem dann im Chat schreiben und auch fragen, also es ist einfach, ich will nicht weiterquatschen, ist einfach geil, hier haben wir die Options Pro Live Session, es ist geil, also wenn ihr in der Trailergänge dabei sein wollt, ganz einfach, macht einen Abschluss bei iGenius, kommt in unsere Gemeinschaft mit rein, zu iGenius, da lernt ihr, da lernt ihr richtig und in der Zeit, wo ihr lernt, habe ich euch gezeigt, habt ihr die Signale hier, die Gold-Signale, wo ihr ohne Bedenken hier verdienen könnt, seht ihr das, wo ihr Geld verdienen könnt, indem ihr lernt, da kriegt ihr Unterstützung von den Meistern, aber jetzt geht es hier auch noch um, nochmal um die Convention, am, lasst mich nicht lügen, ich muss nochmal schauen, lasst mich nicht lügen, die Convention in Köln war am, lasst mich nicht lügen, die war am, na, am 5.11. in Köln, ich bin da auch in Köln und ihr trefft auch von iGenius, diese Profitrader, die euch anlernen, etc., die euch ausbilden, die trefft ihr da auch in der Convention, ich selbst bin auch da am 5.11. in Köln und wir haben von iGenius, ich habe da von den Angeboten gekriegt, 10 Tickets für 85 Euro, also jeder, der mit auf die Convention will, Pflicht ist natürlich, ihr müsst über uns bei iGenius sein, dann bekommt ihr von uns das Ticket für 85 Euro, also ich habe 10 davon gekriegt von iGenius, im Vorverkauf und im normalen Verkauf kosten die dann natürlich 120, 130 Euro. Wer schon bei uns bei iGenius ist oder sich anmeldet bei iGenius und der die Convention mitmachen will, die ganzen Leute von iGenius treffen will, mich treffen will, am 5.11. in Köln, ja, der schreibt mir einfach per WhatsApp, WhatsApp Nummer ist eingeblendet, auch unterhalb des Videos in der Beschreibung und im ersten Kommentar und sagt mir einfach Bescheid, 10 Stück habe ich, 10 Tickets, ja, Bedingung ist einfach nur, ihr müsst in der Trailer Gang sein und natürlich bei iGenius über uns und ja, komm, wir legen los, Jungs, wir legen hier richtig los, ihr habt gesehen, das ist eine Ausbildung vom Feinsten, was will man mehr, für 599 Euro. Vorher haben wir immer gesagt, ihr sollt 500 Euro einzahlen oder Dollar beim Broker, um dabei zu sein, gestrichen. Wir wollen, dass ihr eine richtige Ausbildung habt und die kriegt ihr bei iGenius plus die Signale noch, wenn ihr in der Ausbildung seid, um euch zu unterstützen, um trotzdem Geld zu verdienen. Ja, unterhalb des Videos, wie gesagt, ist der Link für iGenius zum Abschluss, wo ihr euch anmelden könnt über unseren Link. Wenn ihr das getan habt, schreibt mal einfach per WhatsApp, die Nummer ist auch unten drin. Wählt einen Optionsbroker, entweder Pocket Option oder Quotex ist auch unten drin. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, Happy Trading, ich freue mich schon auf Köln, auf die Convention, auf euch und ja, wird mega geil, wird mega, mega geil. Ich sage, Happy Trading, hier ist schon Abend, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde, bye.